willkommen zurück zur schwarzen edition zwar hier in der pokémon-liga der eigenen region im letzten part haben habe ich astor bezwingen können den und licht nun geht zum letzten der top 4 damit ich mit absurde starten doch wegen baum denn sie wird mit geister pokémon antreten und klatsch auf seiner unablässigen suche nach der bedeutung der wünsche streifte er an der seite des schwarzen pokémon die welt der ist gefallen dass ein ausdruck aus meinem roman der schreibe der die eignisse vor zwei jahren schreibt wo ich bitte um verzeihung das hat alles nichts mit dir zu tun du willst mich herausfordern nicht ich kann dann ist er von der t4 sozusagen die herren über pokémon vom typgeist ich bin heute ein gegner kein problem das problem an echt nur toll ist ihr muss danach austauschen was mich denn zu einem weil es meine fähigkeit das zwingende obwohl egal kein autofahrzeichen und gar nicht sogar doch jetzt einfach einmal nachdem habe ich nämlich ein zauberwasser gegeben und die wasserattacke zu versterben dass er eine physische und spezielle wasserattacke hat und theoretisch mit beiden angreifen könnte und das auch tut ich bin jetzt kommt so . ich bin jetzt kommt so also auch als ich, nicht nachdem habe ich nicht aber es kann Es ist kein Problem bei einem Christabelli zu... bezwingen Der Finalschlag nur effektiv bei... ähm... Na? Ähm, mit einer physischen Attacke, Christabelli abzusiegen? So, Skellabra gegen Skellabra. Ich habe zwar Minus-Innet gewesen, aber ich könnte mir trotzdem schneller sein, durch... äh... mein höheres Level... Gucken. Und tatsächlich... Tapir, Anissa, Braudel, besiegt. Lass mich dir etwas sagen, junger Pokémon-Tainer. Der Person, der es gelingt, die Top 4 zu bezwingen, gebühr die Ehre, die Kame des Shams zu betreten. Lass uns bewiesen, dass du... Diese Ehre mir, als wer dich bist, die gebe ich daher zum Forum. Untersuche jetzt die Statue. Und die Statue untersuchen wir... ...im nächsten Punkt. Tschau. Tschau.